Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Lernflix-Video. In diesem Video geht es um die Vereinfachung einer Schaltfunktion mithilfe der burschen Algebra. Wir sollen hier eben beweisen, dass diese Funktion eben äquivalent zu der Funktion auf der rechten Seite ist. Das Ganze möchte ich gerne mit einer Wahrheitstabelle beweisen. Für die Wahrheitstabelle, ich sehe schon, ich habe jetzt eben A, B und C als Möglichkeiten. Somit sieht die Wahrheitstabelle etwas größer aus. Und zwar habe ich ja dann acht Zeilen hier zu verwenden. Ich fange mit dem C an. Das C hat eben 0, 1, 0, 1, 0, 1 und 0, 1. Das sind die Möglichkeiten für unser C. Beim B eben dann 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 und beim A 0, 0, 0, 0 und 4 mal die A. So, als nächstes kommt dann eben diese Verknüpfung A und B nicht ins Spiel. Dazu müssen wir aber erst dieses B nicht bilden. B nicht ist ja genau die Negation von B, also genau das Gegenteil. Somit 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Also immer genau das Gegenteil von B. Jetzt können wir die Verknüpfung aufstellen. A und B nicht. Das heißt, wir betrachten unsere A-Spalte und die B-Nicht-Spalte. Es ist eine Unverknüpfung. Somit müssen beide Aussagen wahr sein. Also sprich, beide Aussagen müssen einen Einser enthalten, damit wir auch hier einen Einser herschreiben können. Das ist hier in der ersten Zeile natürlich nicht der Fall. Also 0, in der zweiten ebenfalls nicht, in der dritten ebenfalls nicht, in der vierten ebenfalls nicht. Dann haben wir eine Zeile, die fünfte, wo eben in beiden Spalten ein Eins vorkommt, in der sechsten Zeile wiederum und in der siebten und achten haben wir eben beim B nicht ein Nuller. Somit ist automatisch 0, 0 in dieser Zeile. Dann haben wir eine Oder-Verknüpfung, aber vorher müssen wir noch eben diese Klammer, wo wir zwei Und-Verknüpfungen haben, miteinander verbinden. Das heißt, hier eben die A und B nicht und C-Verknüpfung. Auch hier wieder alles Unverknüpfung. Es müssen alle drei eine wahre Aussage enthalten, damit ich hier eben eine wahre Aussage herschreiben kann. Also überall, wo ich zumindest einen Nuller habe, können wir hier sofort einen Nuller herschreiben. Das heißt, A und B nicht und C. Die einzige Spalte, die ich nicht betrachten muss, ist die B-Spalte. Somit hier haben wir schon einen Nuller. Automatisch interessieren uns die anderen Spalten dann nicht. Auch hier eine Nuller, auch wenn hier C und B nicht 1 wäre. Trotzdem ist beim A ein Nuller. Ich weiß aber schon, dass wir vier Nuller auf jeden Fall haben vom A her. Dann habe ich vier Einser. Die helfen mir aber auch nicht. Da das C hier ein Nuller hat, somit muss wiederum ein Nuller entstehen. Auch hier eins, eins, eins. Siehe da, wir haben einen Einser. Die nächsten zwei sind aber wieder zumindest ein Nuller vorhanden. Also können wir automatisch 0,0 anschreiben. Das wäre eben jetzt die zweite Klammer. Und diese zwei Klammern muss ich jetzt mit einer Oder-Verbindung verknüpfen. Bei einer Oder-Verbindung ist es dann eben so, dass entweder das eine wahr sein kann oder das andere. Trotzdem ergibt die Verknüpfung dann eben eine wahre Aussage. Somit haben wir hier die erste Klammer mit einer Oder-Verknüpfung der zweiten Klammer. Auch hier wieder brauchen wir nur diese zwei Spalten uns jetzt betrachten. Wir haben ein Null, 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 Null. Jetzt eine Eins. Bei einer Oder-Verknüpfung ist es egal. Wir brauchen nur eine Eins, um hier eben eine Eins anzuschreiben. Beim nächsten haben wir sogar zwei Einsen, dann wieder zwei mal Null. Und somit ist das die Oder-Verknüpfung dieser zwei Klammern. Und das Ganze soll eben äquivalent sein zu A und B nicht. A und B nicht haben wir aber hier schon. Das haben wir hier schon aufgestellt. Und siehe da, diese zwei Spalten sind wirklich ident. Somit ist die Gleichung erfüllt. Wenn dir das Video gefallen hat, lass noch dein Like und dein Abo hier. Dann sehen wir uns auch gleich im nächsten Video.